Uns fehlt noch die offizielle Angabe für den Kofferraum, aber ich bin ja da. Schauen wir mal, ob dir hier mafiosimäßig was reinpasst. Also geht ganz tief rein. Theoretisch ohne zu häckseln. Also gemütlich ist logischerweise anders, aber hier würde auch noch eine zweite Person theoretisch reinpassen und dann halt die Klappe logischerweise zu.